Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des DAX-Checks. Die Erholung beim DAX setzt sich aktuell fort, sie steht aber weiter auf wackeligen Beinen. Nach dem schwachen Handelsstart in dieser Woche sind wir inzwischen wieder im Bereich der 15.400-Punkte-Marke angelangt. Wir blicken kurz auf die Kursstafel gestern, Schlusskurs noch 15.365, heute wird ein Handelsstart über 15.400 erwartet. Noch ist der erste Kurs zwar nicht da, doch wie gesagt, die Erholung steht ohnehin weiter auf wackeligen Beinen. In den USA mehren sich die Sorgen vor einem Shutdown. Noch Ende dieser Woche könnte es dazu kommen, dass Regierungsbeamte nach Hause geschickt werden müssen. Zudem könnte Mitte Oktober die Zahlungsunfähigkeit der USA drohen, wenn die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird. Das belastet deswegen auch aus den USA keine besonders guten Vorgaben. Der Dow war leicht im Plus, der Nasdaq dagegen erneut leicht im Minus, setzte die jüngste Talfahrt vorerst fort. Und auch beim DAX ist charttechnisch noch keine Entwarnung zu geben. Die Marke im Bereich 15.450 bleibt ein wichtiger Punkt. Sollten wir diese überwinden, sind wir zurück im Seitwärtskorridor, der mehrere Wochen intakt war, dessen obere Begrenzung im Bereich 16.000 Punkte noch viel Luft nach oben lassen würde. Doch so weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, in den vergangenen Tagen auch oft starker Handelsstart und dann wurden die Gewinne abverkauft. Das könnte auch heute drohen. Jetzt sehen wir, der erste Kurs ist auch da. Wie erwartet, über 15.400. Aktuell 0,4 Prozent im Plus. Etwa 15.430 Punkte. Von daher, es fehlen noch einige Punkte, um wieder zurück in der Seitwärtsrange zu sein. Doch wie gesagt, die Sorgen bleiben da. Auch der Blick nach China muss weiter gerichtet werden. Denn dort bleibt das Thema Evergrande und auch das Problem der Energieversorgung, wo es drohen könnte, dass Zulieferer immer mal wieder ihre Fabriken schließen müssen. Das alles könnte die Weltwirtschaft ebenfalls belasten. Von daher bleibt es weiter eine schwierige Gemengelage und wir vom Aktionär bleiben deshalb vorerst auch an der Seitenlinie, warten auf klare neue Impulse, sei es charttechnisch oder seien es externe Faktoren. Erst dann werden wir uns wieder für eine neue Long- oder Short-Position entscheiden. Von daher bleibt mir nur Ihnen trotz allem heute gute Kurse zu wünschen, erfolgreiches Traden und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen, denn dann gibt es einen weiteren DAX-Check. Bis dahin.